Krimi gegen Senegal Trotz einer schwachen Leistung gegen den Senegal hat Kolumbien die WM-Knock-it-Out-Runde erreicht. Auf dem Platz war Bayern-Star James dabei zum Heulen zumute. Das war ganz knapp, trotz einer schwachen Leistung gegen den Senegal hat Kolumbien die WM-Knock-it-Out-Runde erreicht. Auf dem Platz war Bayern-Star James dabei zum Heulen zumute. Auch wenn Bayern Münchens James im Spiel gegen den Senegal nach 31 Minuten ausgewechselt werden musste, hat Kolumbien mit viel Glück das Achtelfinale der Weltmeisterschaft erreicht. Entscheidend war dabei eine Ecke, nach der Jory Meine vom FC Barcelona zum Kopfballhochstieg und das Tor des Tages erzielte. Die Senegalesen steckten allerdings nie auf, weshalb Kolumbien bis zum Schluss pfiff zittern musste. Besonders James ging nach seiner Auswechslung an der Seitenlinien voll mit und gestikulierte sich die Seele aus dem Leib. Der Schütze Meine zeigte sich nach der Partie erleichtert und wurde sogar etwas pathetisch, ich bin sehr glücklich. Es war nicht leicht heute. Ich widme das Tor ganz Kolumbien. Allerdings lobte er auch den Gegner, die Senegalesen waren unglaublich schnell. Wir haben versucht, dagegen zu halten und haben dann bei der Ecke unsere Gelegenheit genutzt. Zu den Chancen seines Teams im weiteren Turnier hielt sich Meine bedeckt, Wir haben bei dieser WM einen Plan. Den haben wir bisher erfüllt. Jetzt geht es weiter im Achtelfinale. Nach dem Schlusspfiff feierten die K-Firs mit über 20.000 kolumbianischen Fans im WM-Stadion von Samora. Quelle, Carlos Garcia-Rolens-Reuters Die hochgelobte Offensive der Kolumbianer kam nur schleppend in die Partie. Jan Quint, zwölfte, vergab die erste Chance mit einem Freistoß. Wenig später hatten die Kolumbianer Glück, dass Schiedsrichter Milo Radmazic einen Elfmitte nach dem Blick auf die Bilder zurücknahm. Da Vincent Sankitz hatte Sadio Mane und den Ball getroffen, die Entscheidung war stark umstritten. Die Führung für die Afrikaner wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen, obwohl ihnen ein Remy gereicht hätte, waren sie das aktivere Team, ball-sicher und mit direkten Kombinationen. Mane war nach der Kritik seines Trainers Tisse sichtlich motiviert. In der zweiten Halbzeit schien der Senegal das Spiel sicher nach Hause zu bringen, die zweite Teilnahme an der Knock-it-Out-Rund nach der WM-Premiere 2002 war zum Greifen nah. Dann traf Falka nach einer Ecke, weil die Afrikaner nach einem Spielerwechsel noch unsortiert waren. Schiedsrichter Milo Radmazic hatte nicht gewartet, bis der eingewechselte Muswagü in den Strafraum gelaufen war. Damit schied auch das letzte afrikanische Team in Russland aus. Durch den Sieg schiebt sich Kolumbien mit sechs Punkten auf Platz 1 der Vorrundengruppe H. Senegal rutscht dagegen auf Platz 3 ab. Ebenso wie Japan haben die Afrikaner vier Punkte auf dem Konto. Auch das Torverhältnis ist mit 4.4 identisch. Da der direkte Vergleich 2.2 endete, entscheidet am Ende die Fairplay-Rettung zugunsten der Japaner. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team